Großer Galerist, der hat in einem Jahr 1907 alle großen Leute entdeckt und unter Vertrag genommen. Und er hat sich um mich gekümmert mit seinem Schwager, dem großartigen Michel Leris, einer der größten Schriftsteller Frankreichs und Ethnologe, Freund von Lévi-Strauss. Also dadurch kam ich in den ganzen Circle, der mich beschäftigt und auch bestärkt hat in dem, was ich wollte. Und er sagte zu mir, weil er sah, dass ich auf die Dauer neben dem Kubismus auch noch andere Glaubenssätze kennenlernen wollte. Er sagt, ja, aber ich sage dir, hüte dich vor dem Surrealismus und vor allem vor Max Ernst. Das hat er gesagt und er hat es im Grunde gesagt, weil er, er hatte etwas Gehemmtes, etwas Ängstliches. Er hatte Angst vor dieser Tür, die Max Ernst aufgestoßen hat. Und ich habe das sicher zwei, drei Jahre lang strikt befolgt. Ich bin Max Ernst aus dem Weg gegangen. Ich sah ihn einmal in einer Galerie, da hing ein Bild, das hieß die Versuchung des heiligen Antonius, das ist heute in Duisburg. Ich stand davor, da geht neben dem Bild die Tür auf, kommt Max Ernst heraus, schaut mich mit seinen blauen Augen irgendwie neckisch herausfordernd, und belüstigt an, dass jemand sein Bild anschaut. Er hatte dieselben blauen Augen wie Samuel Becker. Ich sagte mir, nee, Versuchung des heiligen Antonius. Karnweiler hat ihr gesagt, lass dich nicht versuchen durch diesen Max Ernst. Ich habe ihn nicht gegrüßt und zwei Jahre später ruft mich unser Herausgeber, FHZ Karl Korn an und sagt, ich soll doch zum 70. Geburtstag von Max Ernst einen Aufsatz schreiben. Ich rief ihn dann an, sagte, ja, was wollen Sie? Er sagte, ich möchte zu Ihrem Geburtstag einen Artikel schreiben. Dann sagt er, das interessiert mich nicht. Aber ich als junger Mensch stolz, aber für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, ja, das interessiert mich noch viel weniger. Und das hat mich sehr beeindruckt, diese Unabhängigkeit des Menschen. Und er hat aber hinzugefügt, überaus liebenswürdig kann sie auch deshalb heute nicht sehen, weil ich dabei bin, in mein Landhaus nach Südfrankreich abzureisen. Aber es sind jederzeit eingeladen, mich eingeladen. Er kannte mich damals noch nicht, nämlich zwei Tage später stand ich vor seinem Haus und würde wunderbar empfangen. Dann gab es Mittagessen mit Manré, mit Marcel Duchamp und da öffnete es für mich eine ganz neue Welt und die war großartig. Es kam dann dazu, dass Sie den ersten Werkkatalog mit dem Werken Max Ernst rausbrachten und das sagt sich so dahin. Aber in Ihrem Buch lernt man, was es bedeutet. Es bedeuten nämlich wirklich Kontakte in alle Welt aufnehmen. Man muss dazu sagen, Max Ernst hatte ja eine klassische Exilbiografie. Er ist in den 20er Jahren nach Paris gegangen. 1939 wurde er mehrmals inhaftiert, ist dann wie viele andere Künstler auch nach Amerika weitergezogen. Gegen Exil, ja. Hat erst Peggy Guggenheim geheiratet und dann Dorothea Tanning als junge Künstlerin. Und mit der ist er 1953 nach Paris zurückgekehrt. So und diese Exilbiografie, die ja auch bedeutet, man hat mal kein Geld oder weniger Geld und gegen eine Dienstleistung malt man auch was oder gibt ein Kunstwerk hin. Dem nachzuspüren, das ist archäologische Arbeit, oder? Das war archäologische Arbeit. Im Unterschied zu allen anderen großen Künstlern des 20. Jahrhunderts gab es keine Archive. Max Ernst hat alles weggeworfen. Er hat nur drei Briefe aufbewahrt. Einen von Stravinsky, einen von Paul Eloua und die hatte mir geschenkt. Hat gesagt, die hebst du auf, sonst werfe ich sie auch noch weg. Und ich begann dann wirklich eine archäologische Arbeit. Als ich begann 1966, gab es so gut wie nichts über Max Ernst. In den Ausstellungen, den wenigen Ausstellungen, die man überhaupt von ihm machte, immer dieselben Bilder. In den wenigen Büchern immer dieselben Abbildungen. Ich habe dann zusammen, den Oeuvre-Katalog habe ich ja zusammen gemacht mit Günther und Sigrid Metgen. Und ich habe die ganze Welt angeschrieben, sicher tausende Briefe an alle Institute. Und nach und nach konnte ich 6000 Werke inventarisieren. Die habe ich in mehreren Bänden veröffentlicht. Ich habe über 400 Fälschungen vom Markt genommen. Manchmal noch im letzten Augenblick aus Auktionen herausgenommen, wo die Leute wütend waren. Sagt, ich sei zu streng und zu unerbittlich. Und ich bin auf sieben Fälschungen dieses Beltracchi hereingefallen. Aber ich muss sagen, ich möchte mich nicht entschuldigen. Ich finde es furchtbar, aber alle waren überzeugt von der Echtheit. Die Familie des Künstlers, die Witwe des Künstlers. Aber das war so raffiniert gemacht. Auch die Provincienzen so gefälscht, dass ich wirklich, ich muss sagen, das tut mir sehr weh. Das hat mich sehr beschädigt und sehr bedrückt. Man liest ja auch in Interviews, also Beltracchi sagt ja auch von sich selber, er hat offenbar ein unglaubliches Talent. Ich habe ihn nie kennengelernt, will ihn auch nicht kennenlernen. Sich in die Künstler, die er sich dann vorgenommen hat, einzufügen. Einzufügen nicht, sondern einzufühlen, wollte ich sagen. Sich in diese Künstler einzufühlen und deren Stil so anzunehmen. Ich habe mich eigentlich gefragt, Sie gelten ja als der unbestritten größte Kenner von Max Ernst. Ganz wahrscheinlich haben Sie, Max Ernst, auch nochmal die ganze Breite seines Werkes vorgeführt, die er selber ja dann so gar nicht kannte. Wie erkennt man eigentlich ein Bild? Ja Gott, es ist so. Es sind ja unter diesen Bildern, die Beltracchi zumindest, über die ich urteilen kann von Max Ernst, diese sieben Stück, die man nur als Fälschung erkennen konnte, weil Beltracchi es schließlich zugegeben hat. Die sind keine Kopien von Bildern, das sind Werke der Einfüllung, das sind nicht unbedingt Meisterwerke, aber ich würde sagen, das sind plausible Werke. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Man fragt sich ja, das ist ja tatsächlich ein Streit in der Szene auch, ob Kennerschaft allein ausreicht oder ob man nicht grundsätzlich in solchen Fällen dann eine wissenschaftliche Untersuchung anstrengen sollte. Also Leute, die nichts verstehen, sagen, man hätte das wissenschaftlich untersuchen sollen, aber eines ist klar, man hat einige dieser Bilder auch wissenschaftlich untersucht und kein Labor hat da etwas feststellen können. Das stimmt, in einigen Fällen kann man das machen, aber grundsätzlich kann man nicht fordern, jedes Bild, das man publiziert in einem Oeuvre-Katalog, in ein Labor zu geben. Das hat es vorher nie gegeben und ich glaube, dass das auch auf die Dauer nicht geben wird. Sie haben Ihr Buch in Neuss mein Glück genannt. Ich habe mich gefragt, ob es auch so eine Art Trotzreaktion war, zu sagen, ja, verdammt, dieses Unglück, was mich mit dieser Beltracchi-Affäre, dem Skandal ereignet hat, dem will ich auch noch mal was entgegensetzen, sagen. Es gibt irgendwie auch noch ein paar Jahrzehnte davor und das war auch was. Ich glaube, zu jedem Glück gehört ein Quäntchen Unglück. Und ich beneide nicht die Menschen, die so sicher sind mit ihrem eigenen Glück, die nicht irgendwie auch mal im Leben etwas erlebt haben, was sie in Frage gestellt hat. Ich muss sagen, letztlich ist es für mich eine Erfahrung, die mir gar nicht so schlecht getan hat. Die hat manches in Frage gestellt, hat mich zu Fragen gebracht, habe mich nicht zuletzt auch zu diesem Buch gebracht, das sage ich ganz offen. Ich habe dieses Buch auch aus Reaktion auf diese Sache geschrieben. Ihr großes Glück, glaube ich, fing eigentlich damit an, dass Sie nach Paris gegangen sind. Ja, meine Frau dort getroffen habe in Paris, ne? Ja, da sitzt sie in dem roten T-Shirt und guckt etwas Bescheid. Das darf ich nicht sagen. Jetzt haben Sie es geoutet. Jetzt kriege ich Prügel wieder. Aber dieses Buch ist auch zumindest teilweise eine Liebeserklärung an Ihre Frau. Ja, sicher, klar. Sie sind nach Paris gegangen Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre und haben da etwas geschafft, was, glaube ich, vorher undenkbar gewesen ist. Sie sind Museumsdirektor geworden als Deutscher in Paris. Ja, und zwar im Centre Pompidou. Und zwar auch das noch im Nationalheiligtum. Das hat mich mit Freude erfüllt, muss ich sagen. Das war irgendwie wie die Jungfer zum Kind. Das war mir nicht an der Wiege gesungen, dass ein Deutscher jemals so eine bedeutende nationale Institution leiten könnte. Aber ich fand es beinahe ein Ausdruck dafür dessen, was ich erreichen wollte, dass diese nationalen Differenzen doch nach und nach, wenn nicht verschwinden, dann doch in ein Pianissimo übergehen. Und ich glaube, wir haben in den letzten Jahren immer Momente gehabt, wo wir sagen können, dass die Spannungen so verschwunden sind, dass wir einen ganz offenen, brüderlichen Dialog mit den Nachbarstaaten führen können. Und das war auch die Absicht meiner Tätigkeit dort. Auch die Ausschau in Paris Berlin, die ich machen konnte, die, glaube ich, das kann man objektiv sagen, den Franzosen die Augen geöffnet hat für deutsche Literatur, für deutsche Kunst, für den Film und auch für den Widerstand in Deutschland. Meine Ausstellung ging ja von 1905 bis 1933. Und als ich das vorschlug, das Jahr 1933, hat der damalige Präsident de Jean de Pompidou gesagt, Nein, du kannst nicht 1933, wir können nicht 1933 nehmen. Wir können den Deutschen nicht immer wieder in Erinnerung rufen, was da passiert ist mit dem Nationalsozialismus. Wir müssen das endlich auch mal vergessen. Und so hat ich gesagt, nein, das können wir nicht vergessen. Wenn es ein historisches Datum gibt, ebenso für die Kunst wie für die Literatur, für die Politik im 20. Jahrhundert, dann ist das das Jahr 1933, der ist stur geblieben. Und nur Pierre Boulez, der auch im Vorstand de Jean de Pompidou war und der mit mir mitgewirkt hat an dieser Ausstellung, hat dann gesagt, Werner hat recht, das müssen wir so machen. Und dadurch kam die deutsche Kultur in ihrer ganzen Stärke, auch des Widerstands, die Ikonografie der Deutschen. Gross, Beckmann, Dix, von dem man nichts kannte, der expressionistische Film nach Frankreich, und hat einen unerhörten Jubel ausgelöst. Michel Foucault hat damals die Ausstellung zusammengefasst in einem Satz. Diese Ausstellung ist der Beweis des 20. Jahrhunderts, also nicht der Beweis einer nationalen Kunst, sondern des 20. Jahrhunderts. Und das war etwas, glaube ich, was bis heute nachwirkt, aber was nichts Definitives ist. Wir müssen ständig an diesem Gebäude bauen, müssen es restaurieren und müssen von heute her nach Frankreich Dinge bringen, die neu sind, und aus Frankreich Dinge akzeptieren und rezeptieren, die neu sind. Wir können uns nicht auf einen festen Zustand verlassen, sicher nicht. Wunderbares Schlusswort, Herr Spieß. Und nochmal diesen Appell und eigentlich auch das, wofür Ihr Lebenswerk ja auch steht, wirklich diese große Vermittlungskunst. Werner Spieß, ich danke Ihnen sehr. Danke. Applaus Vielen Dank. Applaus Aplausos Aplausos